Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part der Let's Search Reihe von MinishCab. Wir suchen die Herzweil uns zusammen und scheitern hier gerade so ein bisschen bei Anju. Wir machen nämlich immer noch alle ihre Quests. Und die eine ist ja gerade besonders witzig. So, zwei Hühner innerhalb von, ja, fast einer Minute zu holen. Besonders witzig, denn, ja, ich hoffe mal, dass das Huhn ja jetzt schon ein bisschen rennt. Oh Gott, ey. Denn das andere ist ja hier oben so ganz gemein, dass ich halt lange tragen muss. Um es über den Fluss rüber zu schmeißen. Oh, hoffentlich ist das die letzte Mission. Er hat echt voll den Hauptzeit des ersten Parts eingenommen. Er ist auch halt echt ein dämliches Herzteil. Oh Gott. Halt, ne, hier geht's natürlich nicht. So, okay. So, okay, gut gemacht. So, ich hoffe, das andere ist da irgendwie da unten. Na gut, vielleicht schaffe ich's jetzt aber diesmal. So, komm schon, du rennst jetzt schon mal da rein, bitte. Hä, wo ist es hin? Oh, mach doch. Und da hat er sich versteckt. Du Scheißhuhn. Wow. Oh Mann, das wird doch wieder nüscht. Mann, die eulen Hühner. Wo sind andere jetzt? Nein. Mann, warum ist der denn nicht genau da reingelaufen? Hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr stehen bleiben müssen. Hm. Leider nicht genug Punkte gesammelt. Tja. Tschüss, du Trottel. Okay, dann nochmal. Da bin ich jetzt stur. Was soll denn das? Äh. Äh. Und diese dumme Huhn hier, ey. Das ist so blöd immer rennt. Und ich will nur, dass es jetzt halt, rennt dann immer da runter. Das ist echt blöd. So. Jetzt kann's nicht da unten in die Sackgasse rennen. Hoffe ich mal. So, 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 so. Dö, 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 dö. Adjoon. So. Mitkommen. Oh nein. Doch. Bam, bam, bam. So, jetzt auch nicht mal den ersten Wurf immer so scheiße verkacken. So, der Fluss ist aber hier zu breit. Aber hier kommt's halt rüber. Ich. So. Alles. Ups. Nein. Mann. Das Schild erst mal hochgehoben. Ich bin so ein Arsch. So, wo sind andere Runen jetzt bitte hingerannt? Bitte nah. Äh. Das gibt's nicht. So, jetzt schaff ich's aber doch. Komm schnell. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Gott sei Dank, ey. So. Äh. Danke. Hier zum Dank. 20 Rubine. Alter, Anja, was ist denn mit... Willst du mich verarschen? Oder... Warte mal. Nee, renn hier so Hühner rum. Nee. Ich muss doch ihre Spiele da machen. Warte, ist nicht schon Aufgabe 10? Alter, die Hühner sind immer noch weg. Mann, ey. Drei Hühner. Äh. Okay. Die sind bestimmt wieder übelst versteckt. Ey, stell dich mal vor, oder im Endeffekt bringt es ja nichts. Doch, doch. Das gibt dir aber ein Herzteil. Auf jeden Fall. So, eins. Muss ich halt die anderen wieder suchen. Okay, hier ist noch eins. Natürlich auch schöne Goldene, die so beschissen wegrennen. Ja, was noch was hab ich meinen? Nicht ins Wasser rennen, bitte. Hops. Salah. Ich renne, du Sau. Na, was ist das? Äh. Ey, komm her. So, und jetzt bitte reinrennen. Na. Ach, kein Sound natürlich. So, jetzt wo ist das letzte wieder? Dann muss ich jetzt mal wieder suchen. Kannst du hier oben bitte sein? Auf der rechten Seite diesmal? Natürlich nicht, ey. Wo ist das denn jetzt? Dö, 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 dö. Ähm. Dö, 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 dö. Ja, weil man weiß, wo das wäre. Okay. 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 Äh. Okay, du bist aber, du bist aber auch noch g. Die sind alle relativ hier unten. Die sind alle im unteren Bereich. Hm. Du hast nicht gewonnen. Tja, diesmal habe ich leider keine Knete für dich. Okay, dann fang bitte drei Kinder. Ja, mach ich doch glatt. Andrew, du bist doch meine Holde. Für die mache ich doch alles. So, renn, du Huhn. Du scheiß Huhn. Mann, fuck. Sorry. Oh, es hat dich darin geschmissen. Mann, wie knapp ist das denn? Mann, ist das scheiß Spiel? Mann. Du musst dich ja auch noch warten. Ach nee, du bist da. Ich mache einfach eins schnell. Wartet. Ich gehe aber wieder in so ein Haus einfach hin. So, hier ist das eine Huhn. Wo war das andere jetzt nochmal? Wo war das nochmal das andere? Das dritte halt. Muss ich auch noch einmal suchen. Wo war denn das jetzt? Hä? Hier waren doch gleich zwei Goldene. Waren doch relativ nah beieinander, oder nicht? Wo sind die jetzt hin? Also ein Goldene ist... Ein Goldene ist dann hier links. Aber wo ist das andere Goldene? Oder war das hier oben? Ich werde hier komplett noch verarscht. Von vorn bis hinten. Oh yeah. Wir sind ja noch nicht genügend. Trotzdem danke. Rück uns dein Herzteil raus. Ups. Warum denn nicht? Bitte, bitte. Ja, okay. Außersehen verneint. Aus reiner Trotzhaltung. So. So, Hühner, wo seid ihr? Äh. Okay. Alter, wieso ist das jetzt bis hierhin gelatscht? So. So, ich muss mich einfach nur gezielt erwerfen anscheinend. Äh. Oh Gott. So, da musst du aber auch gleich mitkommen. Ja, den Huhn rennt erst mal wieder zurück. Oh, nicht schlecht. So. Renn, du Sau. Ne. Nein. Los. Renn. So, hier oben war das letzte. Okay. Lalalalalala. So. Okay. Und Nummer eins. Nummer zwei. Und jetzt das dritte. Alle Huhn. Komm, renn bitte von alleine rein. Los. Oh, ganz knapp daneben. Postbot erhauen sie ab. Sie stören die Mission. Sie stören das letzte Herzteil. Ja, warum ist das Herzteil so schwer? Danke, Mann. Na, endlich. Okay. Herzteil erhalten. Ich habe schon langsam den Glauben verloren. Gibt es da wirklich ein Herzteil? Habe ich alle verarscht. Okay. Sehr gut. Und noch ein bisschen Geld. Jetzt, Andrew, ich serviere dir nie wieder. Nie wieder. Okay. Dann, Leute. Jetzt müssen wir nochmal... Gleich weiter. Gleich weiter. Wir vergessen das Ganze einfach. Jetzt müssen wir nochmal dahin, wo wir die Kraftanbänder her hatten. Denn dann gab es ein Herzteil, was wir über den Greifenmantel erreichen. Und dann gibt es hier sogar noch ein Herzteil. Und ich glaube, das war dann sogar schon das Letzte. In dieser Stadt hier. In der Stadt. In das Letzte. Oh, das ist schon vorbei. Oh. Nee, hier nicht. Okay. Komm nur von... Über den mega großen Umweg hin. Alles ist okay. Na, Mr. White. Oder hier Mr. Bloom. Oder wie er hier heißt. Ups. Verrore gerade beim Umziehen ist dann voll gestört. Also, ich muss ja hier durchgehen, weil die komischen Wege da irgendwie alle voll stören. Ach ja. Aber Middash Cap ist ein wunderschönes Spiel. Es ist ein wunderschönes Spiel. Die Katzen sind hier weg. Ich kann hier einfach durchgehen. Oh yeah. So. Hier ist dieser Brunnen. So. Und hier. Genau. Hier muss ich nämlich... Hoppala. Rüberspringen. Und da haben wir es. Yeah. So. Hops. So. Tschüss, Mann. Geil. So. Dann muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Na gut. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Machen wir uns keine Waffel. Das wird schon. Ja. Ich freue mich. Dum bum 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 bum. M-m-m-m. 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 Es gibt keinen kürzeren Weg. So. Das letzte hier in der Stadt. Wie gesagt. Wenn ich die Oberseelsplatte übersehen habe. Ist dann auch in der Schule. Dann können wir erst hin, wenn wir das komplette Schwert haben. Also erst ganz zum Schluss. Eins der letzten Herzteile sogar. So. Ich glaube, dann gehe ich sogar mal zum Hühnersee. Weil da gibt es auch massig Herzteile. Total viele. Hoppala. So. Okay. Picasso-Stiefel ist doch ein bisschen besser. Kann ich ein bisschen wassen. Ich renne hier einfach durch die Wallachai. Dum 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 dum. So. Und zwar haben wir bei der Schule. Im Klassenraum. So einen Geheimraum entdeckt. Warum auch immer. Vielleicht so einen Bunkerschutz oder so. Für die Kinder. Für die Schule. Wenn es so Erdbeben kommen oder so. So. Nämlich hier drin. Warte mal. War das hier? Ne. Halt hier war das nicht. Wartet. Ach Quatsch. Nein. Das war der Garten. Ja. Im Garten war das. Herzteil. Genau. Nicht hier mit den. Ne. Das war. Jetzt habe ich jetzt verwechselt. Das war mit was anderes. Wartet. Das war hier im Garten. Mit den anderen. Das hat er damals bloß. Wo man in vier Eingänge musste. Und so. Das hat er damals Geld gebracht. Oder halt. Muschel oder so. Aber kein Herzteil. Mann. Du scheiß Vieh. Was bist du denn hier für ein Ohrenkneifer? Warum bin ich nicht so stark? Ein voller fettes Herzteil. Ein voller fettes Schwert. So. Aber trotzdem geht es nur, wenn man das letzte Schwert hat. So. Okay. Dann schieben wir mal den Scheiß hier weg. Alter. Hier. Dann kriegen wir ein bisschen Fragmente. Die wir jetzt natürlich nicht mehr brauchen. Aber hey. Was soll's. Nehmen wir einfach gerne mit. Oh yeah. Drei rote. Die seltenen Glücksfragmente. Die seltensten. Und ein neuer Herzcontainer ist unser. Sehr schön hier. Hops. Oh. Voll getroffen. Aber er hat nichts ausgemacht. Das war ihm. Komplett. Scheißegal. Und. 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 Gut. Hier müssen wir jetzt alle Herzteile haben. In der City. Es gibt natürlich noch beim Schloss welche und so. Und auch in den ganzen Tempeln gibt es ja auch noch welche. Aber jetzt erstmal. Woanders hin. Zum Hyliasi vielleicht. Da. 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 Das. Da. 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 Eingang entsteht. Da. 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 Ja. Da. 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 Einfach hier rüberspringen. Weil hier aus dem Wasser kommt man nicht. Hups. Hups. Oh je. So da muss ich jetzt mal gucken. Weil hier führt es ja auch noch zu einer. Zu einer Bohnenranke. Und da muss ich gucken. Ob das nicht ein Herzteil gab. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Wir haben ja im Let's Play Bohnenranke sprießen lassen. So aber dank meiner coolen Fä. Fähen Fähigkeiten. Schmetterling Fähigkeiten kann ich ja schon übel schnell buddeln. Ich glaube ich bin falsch gegangen. Kann das sein? Ich muss ja da hin. Ja natürlich bin ich falsch gegangen. Ah. Leule. So weit. So weit. So weit. Oh, obwohl. Warte. Oh, nee, wo war denn das jetzt nochmal? Wo war denn das jetzt nochmal? War das überhaupt hier? Äh, 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 äh. Ich hoffe es. Wow, der Raubschleim. So, genau. Kurz mal gucken. Kann sein, dass hier kein Herzteil war. Dann tut es mir leid, aber dann beamen wir uns einfach wieder zurück. Düm, bum, bum, dum, 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 dum. Oh, yeah. Doch, hier war eins. Sehr gut. Nice. Müsste aber sogar noch eine Bohnenranke geben mit noch einem Herzteil. So, kann ich mich hier, kann ich hier fliegen? Lass mal ganz kurz sehen. Äh, nö. Okay. Oh, die schöne Musik, ey. Das ist voll cool, irgendwie voll episch. So. Näh. Okay, dann gleich nochmal zurück zum Müliersee. Ähm, wie gesagt, ich mach das gerade halbwegs noch ein bisschen aus dem Gedächtnis. Ähm, kann sein, dass ich was noch komplett verpasse. Viele Herzer liegen auch einfach so rum. Ne? Aber hier irgendwie, also natürlich auch in dem Tempel. Vielleicht gehe ich auch gleich mal den Tempelweg schon mal hier bin. Ich glaube, die Tempel würde ich eigentlich allererst zum Schluss so machen, aber... Ach, eigentlich warum, weiß ich nicht. Mal kurz nochmal hier rumschwimmen. Da, 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 da. Aber hier war doch... Hier war doch... Hier war doch... Hier ist doch eins. Ja! Wie gesagt, die liegen einfach so rum. Und einen 9-Hertz-Container! Jetzt haben wir schon... Aua, sieben Herzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Herzen ich nochmal brauche, um diese letzte Schwerttechnik zu erlernen. Ich kann ja mal gucken, weil die ist ja nämlich hier. Oh Gott. Die müsste nämlich hier sein. Warte mal, wenn nicht, komme ich irgendwie trotzdem schnell hin. Ich habe mir eine Abkürzung irgendwo gemacht schon. Ne, wats, wats, wats. Wats, wats. So. Knacks! So, Thyloria-Wald, ne? Wartet mal. Oh Gott, hier gibt es auch so viele Herzteile. Wartet mal, wartet hier? Wartet mal, irgendwo suche ich jetzt hier so ein... Äh... Na London fahren gibt es auch noch ein Herzteil. Wartet mal. Da muss ich nochmal genauer gucken. Oh yeah, Mann. Hier geht es voll ab, Mann. Hier seid ihr nur die olle Hexe. Jetzt seid ihr williger, ja, nee. Die alten... Oh, da könnt ihr noch Herzteile geben. Warte, da war einfach das, glaube ich, auch eins, ne? Oh Gott. Oh, nee, ich will ein bisschen rumballern. Weil ich suche hier gerade den, den... Den Schwertmeister. Warte, wo war denn der nochmal? Der war doch... War der hier unter mir? Nee. Der war eigentlich... Da gab es eine Abkürzung zu dem. Aber hier bin ich irgendwie komplett... Hier, da, da. Achso, oh, nee, warte, warte, von hier aus denn. Ah ja, von hier aus, glaube ich. So, ach, ich muss hier kurz mal springen. Lass mich mal kurz jumpen. So, dann hier wieder rein. Und genau, hier habe ich die Abkürzung gemacht. Gut. Hussa! Wow. Hallo. So, ich weiß nicht, ob es der war, der noch so eine Schwerte... Oh. Geil, Mann. Yeah. Stimmt ja, bei jedem... Wir haben noch einen kompletten Herzcontainer bei so einem Typen hier. Stimmt ja. Hallo. Ich bin Maximilian, der verhaftigste Meister der Schwertkunst. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Nanu. Es ist noch ein wenig zu früh. Okay, es ist aber tatsächlich schon der Letzte. Ich brauche mindestens 10 Herzen. Na gut. Na gut, das ist ja ein Wort, ne? Da kriegt man ja hin. Zack. Oh, oh. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, die ganzen Gänge und so, die hier noch sind. Wartet mal. Ich schwimme noch mal als Minish hier rum. So. Weil hier oben war auch noch was. Swus, 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 swus. Wartet mal. Hier glaube ich nicht. Wartet mal. Genau, hier. Hier müsst ihr noch ein Herzteil geben. Oh Gott, natürlich alles stockfinster. Wow. Ich kann schön abkürzen. Ja. Okay, nee. Hier gab es doch bloß... Okay, hier gab es doch bloß eine Truhe. Oder? Warte, ich muss ganz sicher sein. Ups. Ja, doch, hier gibt es bloß eine Truhe. Okay. Ja, da. Also schön, dass man jetzt so viele Herzen hat, ey. Muss man sich nicht mehr so viele Sorgen machen. Das war im Let's Play mitunter manchmal ein bisschen knifflig. Aber ich hatte es ja echt geschafft, ohne Game Over zu gehen. Mit der Hilfe natürlich von Feen. So, ich hoffe, ich kriege ja nicht ein Herz, weil ich alle Fackeln anzünde. Ich hoffe nicht. Aber dann gucke ich mal trotzdem nochmal, ob hier irgendwelche Geheimlöcher sind. Wenn ich schmüge nochmal da unten lang. Aber ich glaube, es war bloß eine Abkürzung zum Tuloria-Wald. Und hier war auch, glaube ich, nichts weiter. Ja, dann gucke ich nochmal ganz kurz hier lang. Kann sein, dass ich dann da raus... Ja, okay, dachte ich mir schon, dass ich hier rauskomme, ob wir gerade gesehen haben. Kann aber sein, dass es trotzdem ein Herzteil gibt. Ich muss gucken. Geht ja schnell. Nein, hier gibt es kein Herzteil. Gut zu wissen. Nein, ich glaube, ich komme überhaupt nicht mehr raus. Nein, okay. Ich würde mal sagen, können wir in den Hyliasee auch erstmal so weit abhaken. Wir müssen ja alles gefunden haben. Wie komme ich jetzt wieder? Ich will wieder groß werden. Du machst mich groß hier. Oder ich flippe aus. Achso, okay. Ja, na. So. Ah, sweet. Wo können wir jetzt hingehen? Ach, wir können so viel. Wir können überall hingehen. Ich glaube, ich gehe dann trotzdem nochmal zu dem Tuloria-Wald. Also, hier hin. Denn hier gibt es auch nochmal einige Herzteile. Zack, da zum Beispiel noch direkt vorm Tempel ist eins. Und wenn ich hier reingehe, ist eins. Wartet mal, hier ist auch noch eins. Wenn ich hier runtergucke. Oh, das Sonnenlicht. Warte mal, hier nicht, oder was? Hier anscheinend nicht. Aua. Du bist Vieh. Warte mal, hier irgendwo war ein Herzteil, der... Da muss ich halt irgendwie hier unten sein. Warte, warum war denn das jetzt nochmal? Oha. Ich glaube, da gab es kein Herzteil. Na gut, dann gehe ich jetzt mal in die City. Hier gibt es, glaube ich, nur eins. Ein Herzteil. Aber wenn ich schon mal hier bin, gehe ich doch hin. Ich glaube, hier gehe ich mal in den Tempel rein. Und hole in dem Tempel zwei Herzteile und einen Herzcontainer. Das wird locker gemacht. Wow, wow, wow. Und zwar war ja eins hier. Einfach ganz am Rand. Einfach nur für neugierige Eins-Belohnung. Jawoll. Schon zwei Herzteile. Genau, geil. Jetzt bin ich noch im Tempel zwei. Und in noch einen Herzcontainer. Dann haben wir doch schon zehn, ne? Äh, oder? Ich glaube. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nee, haben wir noch nicht zehn. Naja. Egal, dann haben wir neune. So, der Tempel, wie gesagt, ist ja alles schon erledigt. Wird nur ganz kurz dauern. So, weil zum Beispiel, ja. Ich glaube, sogar ein Beamer führt sogar direkt zum Herzteil. Jawoll. Nice. Herr damit, Mann. So. Äh. So, dann muss ich ganz kurz mal gucken, wo das andere war. Äh. Da muss ich irgendwo für runter gucken. Hm. Dum, bam, 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 bam. Oh, okay. Hm. Okay, wartet mal. Es war, glaube ich, auch da, wo ich denn diesen Gegenstand des Tempels bekommen habe. Den Püsterich. Erinnert ihr euch noch an den Püsterich? Da muss ich, glaube ich, einfach wo es... Warte mal, wartet nicht so. Ja. Hm. Nee, hier ist... Aua. Die... Denke ich nochmal ganz kurz. Hier hatte ich ja nämlich den Püsterich erhalten. Ja, denke ich mal kurz hier runter gucken. Aha. Jawoll. Und vier Erzüge, dann gehen wir wieder in einen neuen Herzcontainer. Damit habe ich jetzt achte. Achte. Du, 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 du. So, jetzt bloß noch... Äh. Den Endboss platt machen. So. Oh Gott. Äh. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt sind wir schnell zurück zur Eingangshalle. Nein. Ich will ja... Nein, 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 nein. Ich will ja schon... Ich will schon hier hoch. So, okay. Okay. Oh, Gottes Willen. Na, mit dem Greifmantel. Alles. Kein Problem. Ja. Dun dun dun. Bam, 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 bam. So, der Boss war ja jetzt einfach hier oben, ne? Oder ich kriege einfach hier roter Beamer. Mm, mm, mm. Achso, ne, okay, ne, 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 ja, genau, ne, 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 hier war das nicht so, hier war der Bus zu dem Master Key. Und ich muss ja, glaube ich, einfach bloß hier oben lang. So, da wird der Herzcontainer wunderbar auf uns warten. Endbus ist schon lange gegangen und da ist er. Wunderschön! Yeah, Herzcontainer! Zack! Nice! Sehr schön, Leute, funktioniert doch, wir haben bald die erste Herzreihe voll. Das ist so cool, ich schwimme mal hier lang. So, kann ich nicht irgendwie schon, komm ich nicht hier wieder zurück, um mich so zurückzuverwandeln? Äh, oh, ja, ja, okay, gut, okay, cool, ein bisschen gespart, ein bisschen Zeit. La, la, musste ich nicht zurück in den Wald. Dum, bum, bum. So, ein Merkstanzprojekt wird nicht lange dauern. Dum, bum, bum. Vor allem, ich muss jetzt auch noch ein Herzcontainer mit hier. So. Wow, oh, oh, yeah. So, Leute, da ist der Part aber auch schon wieder so gut wie vorbei. Ich gucke mal, ob ich hier nochmal schnell eins finde. Weil hier haben wir ja auch diverse Höhlen geöffnet. Ich glaube, tatsächlich... Oh, nee, da waren wir ja gerade schon gucken. Da ist ja nichts mehr vorhanden. Zack. So, hier irgendwo, nee, warte, hier war, glaube ich, eine Deko drin. Äh, mit einem Herzteil oder nicht? Nein, keinem Herzteil. Nee, nee, der wollte bloß mal mit uns Fragmente vereinen. Haben wir gemacht. Aber hier müssen wir trotzdem bei uns sein. Wartet. Genau, hier. Hier komme ich nämlich jetzt rüber. Zack. Und... Jawollah! Herzteil erhalten. Da habe ich schon zwei. Leute, und damit bin ich den Part für heute. Noch zwei Herzteile. Aua, Mensch. Noch zwei Herzteile und wir haben die zehn Reihen voll. Der Biko gerade schon in der Nähe hier. Und dann holen wir uns die letzte Schwertrolle. Und den... Nee, die vorletzte Schwertrolle. Und dann die letzte Schwertrolle. Und dann machen wir da Herzteile suchen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!